Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen hier in der Redaktion von der GOP-Zeitung in Basel. Ich mit ein bisschen heiserer Stimme. Ich glaube, das ist schon der Heuschnupfen, der sich ein bisschen bemerkbar macht. In der aktuellen Ausgabe geht es um ein Getränk, das eigentlich gar kein Getränk ist. Das Titelthema Milch. Und Milch ist tatsächlich ein Lebensmittel wegen dem hohen Anteil von Nährstoffen. Das ist nur einer von ganz vielen Effekten, die Sie über die Milch in der aktuellen GOP-Zeitung erfahren. Und wenn Sie Wunder nehmen, wo z.B. die Milch genau herkommt, dann müssen Sie unseren aktuellen QR-Code in der Zeitung scannen, z.B. mit dem iPhone, einfach im Kameramodus draufgehen. Kommen Sie direkt auf den Link, wo Sie ein Video sehen, wie die Milch in die Packung gekommen ist. Ich wünsche Ihnen eine ganz schöne Woche mit der GOP-Zeitung.